Mein Name ist Tobi, willkommen hier auf diesem Kanal, an diesem Ort, wo ein Wannabe, Ex-Gangster-Rapper versucht, irgendwie diese wahnwitzige Welt zu verstehen und seine Wut irgendwie so nutzen kann, dass es positiv wird, wo er versucht, irgendwie trotzdem die Liebe sich anzueignen, in ihr aufgehen zu können und mit Gott verbunden zu sein. Einen Platz, an dem wundervolle Seelen zuschauen, an einem Platz, wo Authentizität grossgeschrieben ist, wo man versucht, mit dieser Authentizität, wo man versucht, mit dieser vielleicht den Menschen aufzuzeigen, dass Wahrhaftigkeit viel wichtiger ist, als das, was sonst alles gibt, diese Verleugnung und nur Profitdenken und ich will und bla 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 bla, sondern dass man wahrhaftig ist, sich nicht versteckt hinter gewissen Dingen und so weiter, sondern so ist, wie man ist, weil nur so ist man, wie man ist und nur so kann man vielleicht auch etwas verändern. Das ist dieser Ort, wo wir sind. Mein Name ist, wie gesagt, Tobi und wir sind hier und heute seht ihr schon, wie ich drauf bin, aber es ist natürlich wieder ein ernstes Thema. Hier wird natürlich nichts einfach Blödsinn geschwafelt, Sondern, ich habe es im letzten Video schon ein bisschen angetönt, wie ja, und das haben wir auch von Robin Kaiser und so weiter, haben wir das ja erfahren, und das sieht man auch, wenn man hinschauen will, wie alles krass verdreht wird. Und etwas vom Heftigsten eigentlich ist diese Autoimmunerkrankungen und, wie uns gesagt wird, dass unser Körper uns selber angreift. Dass unser Körper, unsere Zellen sich gegen, oder der Körper sich gegen sich selbst wendet und sich selbst attackiert, attackiert. Das ist für mich so gottlos. Und das Tragischste ist, ich kann nicht sprechen, dass wir das noch glauben. Ich habe einen sehr wundervollen Menschen in meiner nahen Umgebung, also eine mir sehr nahe stehende Person, und die hatte eine starke, heftige Krankheit. Und ihr wurde das auch gesagt, dass ihr Körper sich gegen sich, dass sein Körper sich gegen sich, ihn gewendet hat. Und er hat das wirklich auch geglaubt. Ich habe ihn damals so gefragt, glaubst du das? Ja, kann ja schon sein, wenn die das schon sagen und so weiter. Und das ist so umgedreht, weil unser Körper so verdreht, unser Körper würde uns niemals selber angreifen. Unser Körper liebt uns und kämpft für uns und fightet jeden Tag gegen Dinge, die nichts in unserem Körper sein sollten. Also unser Körper greift sich niemals selber an. Und das ist für mich so satanisch und teuflisch, dass das so rübergebracht wird, dass wir denken, unser Körper greift uns selber an. Aber was alles auf uns einprasselt, wie ich immer wieder sagen muss halt, dass wir dann wie, das verblasst dann wie. Es gibt so wie zwei Etablissements in der Medizin. Es gibt die, die wir alle kennen, die Doktoren und die Mediziner, die in die Schule gehen, die das alles über Jahre, über Jahrzehnte fast schon lernen. Und Hut ab natürlich für diese Arbeit, die die machen. Ich habe ja auch 600 Stunden medizinische Grundlagen geübt und das war schon hart. Aber das ist natürlich ein Witz gegen was, ein richtiger Arzt alles lernt. Das ist die eine Stufe. Und dann gibt es noch die dahinter. Wer sind die? Das weiss ja natürlich wieder mal niemand. Aber die wissen ganz genau, dass es das nicht gibt, Autoimmunerkrankungen. Das sind die, die Viren im Labor produzieren und irgendwie auf uns herablassen. Und diese Viren sind dann in unserem Körper und greifen unseren Körper an. Und uns wird aber gesagt, dass unser eigener Körper sich selber angreift. Als würde Gott uns wundervolle Wesen, darf man schon sagen, glaube ich, erschaffen, aber dass sich nachher dieses wundervolle Wesen selber angreift. Ich weiss nicht, aber das macht einfach keinen Sinn. Aber das glauben so viele Menschen und auch das mit den Genen, dass die Gene nicht mehr gut sind und so weiter. Also es wird immer auf uns geschoben. Und wie gesagt, das Traurige ist, dass wir das noch glauben, dass wir irgendwie, dass Vertrauen in Gott irgendwie so uns auch verloren geht, vielleicht auch nur unterbewusst, aber das ist für mich dann wenig Vertrauen in Gott. Also wie gesagt, diese wahnwitzigen, psychopathischen Wesen produzieren diese Viren im Labor und diese Viren werden gefüttert. Und jetzt wird es brutal. Jetzt werden sicher viele abspringen von diesem Kanal, weil sie denken, der Typ ist ganz crazy, aber werden gefüttert mit Eier, mit Milchprodukten und mit Gluten. Und Eier sind ja Eierster Nummer 1 Superfood. Alle lieben Eier. Und wenn man es dann ein bisschen so anschaut, wenn du jetzt ein satanischer Psychopath wärst, welches Nahrungsmittel würdest du nehmen? Und du weisst, dass so die Viren gefüttert werden, aber alle Menschen essen das, ist dann ein bisschen naheliegend. Und Eier werden sehr viel verspiesen und alle lieben die Eier. Und wenn man etwas gegen Eier sagt, dann werden die Menschen wütend, weil sie halt ihre Eier lieben und das auch emotional. Sie haben das schon als Kinder gegessen, ich ja auch und so weiter. Aber diese Viren werden produziert im Labor, werden gefüttert mit Eier. Und die werden dann auf uns abgelassen. Die kommen in unseren Körper und wir essen dann Eier, ständig jeden Tag, drei Eier pro Tag oder was auch immer, und füttern so diese Viren. Das ist jetzt alles ein bisschen crazy, wenn du das erst einmal hörst. Das ist ja auch nicht von mir. Das ist Medical Medium. Medical Medium, Anthony William. Das ist eine riesige Community, hat sich jetzt auch dort entwickelt. Und da heilen Menschen von Autoimmunerkrankungen und so weiter und ADHS und was auch immer. Also da gibt es sehr, sehr krasse Heilerfolge, die Menschen machen können. Das geht oft über Jahre halt, aber das ist halt auch ein bisschen Arbeit, die man reinstecken muss. Man kann nicht einfach nur ein Medikament nehmen und denken, es kommt alles wieder gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also diese Typen schiessen Viren auf uns ab, und das ist nur ein kleiner Teil, sagen uns aber dann, dass unser Körper uns selber angreift. Das ist erstens mal tragisch. Und zweitens ist es sehr, sehr wichtig für uns, dass wir wissen, dass das nicht stimmt und dass wir wissen, was wirklich der Auslöser ist für unsere Krankheiten. Weil, wenn wir das Wissen im Bewusstsein, dann hilft das auch unserem Immunsystem, weil wir einfach mit diesem Wissen unser Immunsystem auch stärken können. Aber wenn wir jetzt denken, unser Körper greift uns selber an, dann zieht es auch unsere ganze Energie runter. Wenn wir aber wissen, es gibt Invaders, also es gibt Viren und Bakterien, die an uns zehren, und wir das wissen bewusst, dann kann unser Immunsystem auch sich besser darauf einstellen. Also das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Part, dass wir nicht das Gefühl haben, unser Körper ist schlecht und die Gene sind schlecht und greift sich selber an, sondern nein, es gibt teuflische Sachen, die auf uns einprasseln, wie Viren, aber auch Gifte und das ist noch ein ganz anderer Teil, Chemtrails, Medikamente, Wasser, die Luft, das Abgas, Pestizide, Parfüm und so weiter. Das sammelt sich mit der Zeit an und geht in unseren Körper und schwächt unser Immunsystem und so weiter. Wenn du jeden Tag Parfüm hast, du atmest das ein, dein Immunsystem muss sich um das kümmern, plus hat es aber noch Bakterien und Viren in sich, wo es sich auch darum kümmern muss. Und ich weiss, es gibt sehr viele, die das jetzt nicht glauben werden und wahrscheinlich auch aussteigen werden, aber es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen und dass wir verstehen vor allem, und das ist auch der Hauptpunkt dieses Videos, dass unser Körper uns bedingungslos liebt und jeden Tag für uns ackert und kämpft. Aber das Problem ist, wir geben unserem Körper meistens nie das, was er wirklich braucht. Ich meine, ich auch, ich habe, und ich sehe eigentlich, wenn ich Kinder sehe, dann sehe ich die nur mit Chipspackungen und Cookiespackungen und einfach Schrott herumlaufen. und manchmal sage ich ihnen, hey, ess Bananen und die lachen mich aus. Sogar Kinder schon, sind schon in dieser Ignoranz drin, also das Lernen von ihren Eltern. Also die sind schon in dieser Ignoranz drin und das Göttliche ist langweilig und das Teuflische ist cool. Red Bull ist cool, keine Ahnung. Eine Orange ist dann eher langweilig. Es ist überspitzt gesagt, aber das sehe ich ja oft. Ein Gelati, eine Eiscreme, ist taschenmal cooler als eine Banane und so weiter. Und das sehe ich einfach, dass Gott als langweilig, also die göttlichen Dinge, Natur und so weiter, Naturnahrung wird als langweilig abgestempelt, aber dann geht man lieber und kauft sich irgendwelche Cookies und was auch immer. Und das habe ich ja selber auch gemacht. Das ist kein Angriff, aber es ist einfach erschreckend, das zu sehen. Oder? Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unserem Körper halt gewisse Dinge nicht zuführen, wie Eier und Gluten und so weiter. Und das muss man ja jetzt nicht einfach gleich alles wegschmeissen, wenn man mir überhaupt Glauben schenken möchte. Oder das ist noch das andere Ding. Aber das sage ja nicht ich, das sagt Medical Medium, ein Typ, der hat sehr, sehr viele, die ihm folgen. Und wie gesagt, sehr viele Menschen, die ihre Krankheiten und so weiter heilen können. Auch ich bin dran, das jetzt seit dreieinhalb Jahren zu machen. Ich habe sehr viele Heilerfolge gemacht. Ich mache es, ziehe es sich über längere Zeit und wird über die Zeit besser. Und man sieht es nicht gleich und muss da einfach sich reinhängen auch und daran glauben. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man gewisse Dinge weglässt und gewisse Dinge sich zuführt. Wie Glucose, also Zucker. Ich weiss, das klingt jetzt komisch, aber auch das wird so verdreht, dass Zucker schädlich ist und Protein und so weiter sehr, sehr wichtig ist. Aber Zucker, also Glucose, jetzt nicht der raffinierte Zucker, aber das Red Bull und so weiter, ist natürlich dann wieder beschissen, aber der Zucker aus Obst, aus Honig, aus Kürbis, Kartoffeln, Süsskartoffeln und so weiter. Unsere Leber braucht diesen Zucker unbedingt, um zu überleben. Nährstoffe werden an diesen Zucker gebunden, die Bauchspeicheldrüse schmeisst Insulin raus und dieser Zucker und diese Nährstoffe, die daran gebunden sind, gehen in unsere Zellen und können so verwertet werden. Also es gibt da sehr, sehr viele Umdrehungen wieder. Klar, wer bin ich jetzt, um zu sagen, ich drehe es jetzt so um, dass es stimmt, aber das sage, wie gesagt, nicht ich. Zucker ist sehr, sehr wichtig, auch Mineralsalz ist wichtig, Salat zu essen und nicht nur einfach einen Salatblatt und bla bla bla, aber ich will eigentlich gar nicht so fest da reingehen, weil ich will gar nicht so irgendwie sagen, was man essen muss und so weiter, aber einfach ist es sehr wichtig, unser Körper greift sich niemals selber an und wenn das irgendwie tief in dich reingeht und du das vielleicht verstehen willst, dann empfehle ich natürlich die Anthony-Bücher, also die Medical Medium-Bücher, sich da viel tiefer reinzugehen und wenn du möchtest, kannst du auch bei mir einen Termin buchen oder was auch immer. Ich habe ja jetzt schon dreieinhalb Jahre Erfahrung und habe ja auch eine Ernährungsberatungsschule abgeschlossen in 2021. Ich weiss nicht, wieso ich das irgendwie nicht von Anfang an schon gemacht habe, aber irgendwie habe ich mich ein bisschen geschämt oder so, für das einzustehen oder weiss ich auch nicht was genau, aber für mich ist es jetzt sehr, sehr wichtig, diese Dinge rauszuhauen. Also, dein Körper liebt dich über alles, ich bin jetzt raus, weil ich genug gesprochen habe, das musst du jetzt verarbeiten, vielleicht musst du jetzt auch zuerst mal auf den Tisch hauen und sagen, der Tobi, der labert nur scheiße. Kann auch sein, aber ich bin raus.